Hi Tigers Fans, was passiert ist, es passiert am Ostermontag, nützt nichts, jetzt heißt es weitermachen. Samstag 16.30, Spiel 3 gegen das Wolfpack aus Wolfenbüttel, präsentiert vom Sponsor of the Day, Transporte Gouda. Also seid dabei und feuert unsere Mädels an, damit wir ins Finale kommen. Bis zum nächsten Mal.